Was macht der denn, Typ da? Achso, die... Okay. Hallo! Granatwerfer. Kann ich helfen? Pistolen, Scharfschlöttingewehre, Schrotflüge... Sturmgewehr. Was haben wir denn hier? Sturmgewehre. Ähm... Nicht bedrohen. Hm... Hm... Rabatt. Wir gehen jetzt mal hier auf... Granatwerfer. Kaufen. Was, wenn wir den Typ bedrohen? Scheiße, das wird um. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Der Ballert, jemand in der Gegend rum! Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Oh Mann, was passiert hier? Wir haben ihn einfach ein bisschen bedroht und fertig. So geht das heutzutage auch. Das war vielleicht nicht so schlau, aber man kann, wir können auch hier so einen Gangster-Style machen. Das können wir natürlich auch. Jetzt haben wir wenigstens unseren Granatwerfer. Ähm, wo haben wir den denn? Wo haben wir den Granatwerfer? Speck-Obs. Die mal und... Was haben wir hier? Nur Sturmgewehre. Wo ist denn der scheiß Granatwerfer? Da, Einzelschuss-Granatwerfer. Mit dem werden wir die Leute noch besiegen, Leute. Leute, Leute, Leute. Also, unser Ruf ist wieder mal in den Keller gesunken, weil wir einen Überfall gemacht haben. Weil man kann ja auch so die böse Schienen benutzen. Aber, da müssen wir halt schauen, was wir machen wollen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ob wir eher so der böse Gangster sind oder jedes... Liebe Muttersöhnchen. Ach, naja, Muttersöhnchen kann man jetzt nicht sagen. Wir haben ja schon einige Leute auf dem Gewissen. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal mit dem Granatwerfer unser Glück. Verbrechen erkannt. Ja, okay, wir müssen jetzt unseren Ruf eigentlich verbessern. Deswegen müssen wir das jetzt eigentlich machen. Da bleibt uns eigentlich keine andere Wahl. Oh, das Auto lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Das gefällt mir, das Auto. Okay, hier muss der Engel sein. Nein, das ist bestimmt der da. Geil. Ja, hier ein bisschen Kohle gesnackt. Ähm. Das ist wahrscheinlich... Geil, noch ein bisschen Geld. Okay, das ist der Tipp hier. Der da. Dämon. Das ist ein Dämon. Was zur Hölle? Was soll das denn? Das erlaube ich dir. Das geht dich nichts an. Was soll das hier? Oh, das war dumm. Super gemacht. Ruf verbessert. Nice. Jetzt nehmen wir wieder unsere geile Karte und gehen weg. Opfer unverletzt. Super. Das ist natürlich sehr nice. Jetzt haben wir wieder einen besseren Ruf. Markieren wir wieder unseren Zielort. Und let's see go. Oh, Leute. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, das wäre scheiße. Bin ein bisschen falsch gefahren. Na egal. Hier geht es auch rum. So, nehmen wir mal hier die Mission an. Naja, aber jetzt müssen wir das nochmal auf den Anfang machen. Aber egal. Wir haben jetzt eine bessere Waffe. Wir haben bessere Chancen. Das ist der Racine-Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Ja, bla 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 bla. Okay, das kann man nicht überspringen oder so, oder? Nee. Hm. Wir versuchen die jetzt erstmal wegzusnipen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, was haben wir eigentlich noch für Scharfschützengewehre? Ähm, dann nehmen wir jetzt erstmal das hier. Das haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Oh, durch die Autoscheibe. Richtig schöner Schuss. Ähm. Hier hinten haben wir doch bestimmt noch welche. Und da läuft gerade einer runter. Okay. Also, ich stehe total auf die Musik. Ähm. Laufen wir weiter nach vorne. Okay, jetzt haben sie uns eh gesehen. Wir wollen unsere Granaten jetzt nicht gleich verschwenden. Wir brauchen die nachher noch, wenn nur die stärkeren Gegner kommen. Wow, 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 wow. Wir stehen hier ordentlich unter Beschuss. Wir teilen hier auch ordentlich aus, würde ich mal behaupten. Aber wir können jetzt einmal den Granatwerfer ausprobieren. Okay, es war zu weit. Der Schuss war scheiße. Also mit dem Granat, der müssen wir auch noch lernen zu zielen. Komm raus. Ja, Leute, jetzt müssen wir uns schnell nach oben verpissen. Schuss. Okay. Wo ist noch dieser andere Babbo? Scheiße, wir können Munition wenden und Fanatreffer. Oh Leute, was ist das hier für ein krasses Gefecht? Wie dumm ist der eigentlich? Oh, da kommt... Wie viel Hilfe wollen sie noch anfordern? Okay, jetzt kommt da einer. Machen sie einfach mal ein schönes Auto kaputt. Oh, wir verschienen einfach immer so übel. Komm schon, fahr zurück! Nein, Mama! Das darf doch jetzt nicht weinen! Oh nein! Jetzt müssen wir es reibungslos schaffen. Oh Mann, Alter! Alter, was war das hier für ein nices Ding? Jetzt haben wir sie krass geil ausgerottet. Oh Leute, ja, Alter! So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das echt vorgestellt. So ist es ganz schön nice. So. Da müsste jetzt der Typ drin sein. Da ist er ja. Stop! 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 Ich bring dich in Sicherheit. Komm mit, Jax. Komm schon. Oh, sind wir nett. Tja, hab ich. Nee, wir sind eigentlich voll konkret. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit denen bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wie der Heiler? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Cool, er hat mal geredet. Ich hab grad jetzt sein Schweigegelübde abgelegt. Ich warne sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Okay. Jetzt haben wir schon einiges mit dem... Einiges an Geld. Ähm, was wir mal machen können... Ich muss noch... Okay, jetzt geht's. Ich muss dir für deine Aktion bei den Bricks danken. Iray kommt nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, ja, hat er. Äh, voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehst du? Da ist ne Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal. Du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen. Mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach, komm, Mann. Fuck. Okay, dann... Wo müssen wir hin? Hier hin. Dann fahren wir da jetzt erstmal hin. Ähm, was ich mal schauen wollte. Ähm, wo ging das nochmal? Ich glaube hier... Auf Escape, oder? Nee, wie, 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 wie war das nochmal? Steigen wir mal kurz aus. Okay, Gang-Versteck interessiert mich nicht. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt... ...gehört in eine demilitarisierte Zone. Elf Menschen starren, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigt die Schwachstelle nicht. Hacker Raymond Kahn ist ein Hacker. Ja, das interessiert mich jetzt reichlich wenig. Ich wollte halt nur... Wie war das nochmal? Auf welcher Taste war das nochmal? Wo man... Ähm... Dings... So, sich Wagen kaufen kann und so einen Scheiß. Äh, beziehungsweise bringen lassen kann. Naja, ist ja auch unzegal. Was ist das für ein Scheiß-Sender eigentlich? So, Will Kahn ist natürlich gleich sofort zu dieser Mission. Und nicht zu diesem Gang-Versteck, weil das ist ein Trick. Das zählt mich nicht. Vielleicht wird es auch sein, dass ich mal Off-Screen oder sowas ähm... ähm... zocke. Also Nebensachen und so und dann das Hauptding aufnehme. Aber ich weiß halt nicht. Schreibt es am besten mal in die Kommentare, wie ich das so machen sollte. Dann mach ich das, langweilt euch vielleicht auch. Ich weiß es ja nicht. Alter, wie die gleich alle wegspringen. Es geht ab. Wow. Hey, wie kommen wir da rein? Durch die Tür hier. Okay, schmeißen wir was in den Müll. Was schmeißen wir denn da rein? Toll, jetzt hab ich nicht gesehen, was das war. Oh, geil. Hier ein geiler DJ. Yo. Huh. Soll ich euch nicht? Oh, ich bin ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank.